Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Republic Commando. Ich weiß nicht, ob ich das schon irgendwie klar gemacht habe, aber langsam fängt das Spiel an, mir ein bisschen auf die Reise zu gehen. Das ist so diese Nostalgie-Sache. Man hat das Spiel dann doch besser in Erinnerung, als es tatsächlich war. Was ist denn sonst? Okay. Weiter geht's. Ich denke, wir nähern uns das auch langsam am Ende. Fate of the Resistance. Aha. Schon wieder. Aber diesmal wenigstens nicht im Spender. Na gut, macht ihm überhaupt nichts. Juckt ihn nicht. Perfekt. Ja, die Granate ist schon echt schön gefunden. Oh cool, die haben auch mal einen Super-Battle-Droid. Sie haben einen Super-Battle-Droid erledigt. Der hätte gedacht, dass das nochmal vorkommen würde. Wow, hat er gerade durch mich durchgeschossen. Kancel-Manöver, Delta. Ach so, ne. Delta-Squad, wir nehmen ihn von hier. Gehen wir zu Ihrer Mark. Abandone Position, Delta. Gehen wir zu Position. Wir haben uns auf. Wir sehen uns auf, wenn Sie eine Barsche in den Takt-Walk. Wir haben. Wir brauchen Sniper-Ver. Wir haben uns auf den Takt-Walk. Tafel ist zu wichtig, dass er noch nicht losz. Find eine Weg, um ihn aus dem Takt-Walk. We need to get over there and close the blast doors on these windows. Komm her, damit ich dich schlagen kann. Ja, ja, schon gut. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Okay. Sag mal, was macht der denn da? Muss ich hier ernsthaft alles alleine machen? Kratz den Sack wieder auf. Und nicht dich am Sack, das ist was anderes. So, snipen alle. Hammer, das ist langsam. Ja, ich hab verstanden, euch geht's allen nichts besonders. Mir geht's auch nichts besonders. Nein. Genau, weniger rumgequatsche, mehr bekloppte Viecher hier zerlegen. 20 Sekunden. Das ist so unnötig. Zum Glück treffen die nix, genauso wie die blöden Druiden. Die sind wirklich nur auf größere, also auf längere Kämpfe und kurze Distanzen auch tatsächlich irgendwie eine halbwegs ordentliche Gefahr. Und sie halten nur ein Viertelmagazin von dem Blaster hier aus. Das ist ganz praktisch. Das ist so unnötig. Das ist so unnötig. Das ist so unnötig. Das ist so unnötig. Alter Schwede. Das ist so unnötig. Das ist so unnötig. Ich habe fast keine Money mehr. Ah, für das Ding schon noch. Das ist so unnötig. Das ist so unnötig. Super. Hör auf hier rum zu hampeln wie der... Danke Tafull, wenigstens du bist sowas zu gebrauchen. Oh, ich höre schon wieder Druidikars. Habe ich erwähnt, dass ich Druidikars nicht mag? Hä? Achso, das ist es gar nicht. Ah, der bewegt sich zu viel. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, die Viecher sind echt schnell. Ah, Junge, geh halt dann einfach nicht direkt an den Typen ran. Jetzt sind seine Luft stehen geblieben. Glitchy. Schatte ich dir mal an. Der eine lässt sich fröhlichst verprügeln. Ich boxe ihn jetzt tot. Komm, ich boxe ihn tot. Ich boxe ihn tot. So, geht doch. So, der eine. Andere. Ah. Ah. Okay. Baum. Offensive Formation. Offensive Formation könnte man übrigens auch übersetzen mit beleidigende Formation. Das stelle ich mir erstaunlich lustig vor. Search and destroy. A major confrontation with separatist forces is now inevitable. The two factions are advancing on one another, preparing for an all out battle. So, irgendwie kann ich heute nicht lesen. Ähm. Suchen und zerstören. Eine große Konfrontation zwischen den Separatisten, äh, oder mit den Separatisten, ist jetzt unausweichlich. Die zwei Fraktionen, ähm, marschieren aufeinander zu und bereiten sich auf einen, eine richtige Schlaf. A separatist ship has just touched down on the top of this tree. Get up there and destroy it. Tarfel and his men are on the way to the war room. They'll provide intel and technical support from there. He's left behind one Wookiee guide to help you. Wookiee guide? So much for a guide. Cut the chatter, 6-2. The separatist presence is very heavy in the main citadel. But there are a number of Wookiee resistance fighters in the area. Take extra care with orders. Wookiees don't take kindly to friendly fire. Yeah, who can blame them? Fine shooting, boss. Mhm. Im Gegensatz zu euch? Ja. Sowieso. Eliminate target. Take cover, Delta. Sag mal, schleichst du direkt vor den Typen, oder wie? Ah, ich bin von Idioten umgeben. Zwar irgendwie sympathisch, Idioten, aber Idioten. Jungs, nicht nur rein stürmen, auch ballern. Und nicht mehr immer... Oh, Apfer ist keine Muni mehr. Ist schlecht. Oh, der Wookiee hält hier zu. Oh. Oh. Das hat zu verhörten. Wie haben sie diesen Spiderdroid in hier? Sie haben sich in die Luft geöffnet. Konzentriere Feuer auf der Optik-Cluster! Sir, diese Tanks werden vielleicht gute Weapons-Positionen, wenn sie fliegen. Welche Tanks? Take them out from there, Delta. Thermal tank position. Das macht nicht so viel Schaden, wie ich gehofft hatte. Ich habe einen heißen hier. Der hat ja komisch gefiepst. Hat das jemand gehört? Hat man das gehört? Wow. Ich brauche Muni! Alter, vier von denen! Mh... 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 Jungs... Schaut euch das mal an, fixe! Kriecht da irgendwie durch die Gegend. Direkt vorm Gegner, statt einfach das Feuer zu eröffnen. Wie eine Irre. Enemy Unit Terminator! Naja... Mh... 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 Naja... Das ist ein guter Job. Keine Ahnung, aber jetzt kommen dielusive Re gewundert werden. Ah, das bringt nichts. Spire droid. Let's move on. Bombard them from there, Delta. Moving into position. Take them out from there, Delta. Hot one. Sit up there, Delta. Yes, sir. Eliminate time. Hot one. Weapon ready. Scorch in position. Thermal dent. Das kann man ja gar nicht zielen. Hot meal. Take that. Das hört sich jetzt eher an wie Werbung für eine Boyband. Ah, und gleich der nächste hier. Kriege ich denn gar keine Ruhe vor diesen Mistviechern? Das ist fertig. Haben wir's? Haben wir's? Sind wir alle? Oh Gott. Nein, 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 nein. Komm, geh schon hoch. Danke. Let's move on. Let's move on. Der lebt ja immer noch. Der hat immer noch viel zu viel Leben. Get cover, Deltas. Ah, her, lauft ihr rein. Die Cover ist geil. Wir stehen alle direkt voreinander. Give me another. Stop blimpin' around and get some back to the soldier. Retrieving back to, sir. Retrieving back to, sir. Yes, sir. What was that? The Wookiees are trapped on the other side of this door. You know the drill. Get in there and take out the enemy. Get in there. Get in there. Never say no about it. Ich speicher jetzt hier mal. Let's find out, what's on the other side. Yes, sir. Ich hab nur noch Blendgranaten, die wirken gegen die... ...andern Viecher leider nicht. Ready? Eliminate Taktik. Let's go off. Jungs nicht hereinlaufen, wie die Blöden. You need to blow those Droid Dispensers before they get escape. Oh Gott, ich hab schon wieder Droid Dispensers gehört. Oh Gott, ja. Initiate Radical Restructuring, Kommando. Abort Demolition. Roger that. 4-0 pulling back. Good tactics, sir. And charge. Powering up. You can take him out from you. Wolfing to your mark. By the book. Delta. Nice one. Need some cover squad. We've lost a friendly. Wookiee down. One Wookiee can still get that dropship, Wolf. Let's give him the chance, Danny. Huh? Eliminate Taktik. Nice hand, Delta 380. That's done. Come to your player. Charge your arms. Get ready. Okay. Kevin's been hit hard. Ja, dann kratzen auf. Ja, dann kratzen auf. Wenn man sich hier duckt, dann ist man auch relativ gut vor dem Blaster frei, von dem wir sicher haben. Ah, ne, da ist noch... Achso, der ist bloß noch da. Ich dachte, das ist noch ein zweiter Dispenser hier. Wo ist er denn jetzt hingerollt? Ach, da. Wow, cool. Hey, ihr seid ja mal tatsächlich nützlich, so auf die letzten drei Meter. Ah, ich bin aber nicht nützlich hier. Ja, ich würde sie gerne auch zünden. Naja, aber wurscht. Komm. Oh, da sind wieder Wookies. Oh, da sind wieder Wookies. Oh. Oh. Ich hoffe es. Äh, nochmal speichern hier. Ja. Haben wir hier Bacta, Spender irgendwo? Nein, aber Munition. Ja? Uh. Es fällt in sich zusammen. Ah, da vorne ist der Spender. Okay, alle bitte Bacta. Ah, cool, ich hab wieder Munition. Auf die Granaten. Ah, viel besser. Ich bin gut zu gehen, Deltas. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier den wunderschönen Cut, wie immer. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.